Johannes Gutenberg, 1400 bis 1468. Ein geistreicher Erfinder und Tüftler gründet zusammen mit einem wagemutigen Geldgeber ein Unternehmen, mit dem Ziel, eine neuartige Technologie zur Marktreife zu bringen und eine erste lukrative Kleinserie herzustellen. Als die Produkte schließlich in den Verkauf gehen, drängt der Investor den Gründer aus der Firma und baut mit Hilfe des bisherigen Herstellungsleiters das Geschäft weiter aus. Der Erfinder muss zusehen, wie andere mit seiner Technologie zu Ruhm und Reichtum gelangen. Was sich wie ein Exposé zu einem Wirtschaftskrimi aus neuerer Zeit anhört, hat sich bereits vor rund 550 Jahren zugetragen. Der Geldgeber war ein gewisser Johannes Fust aus Mainz, Produktionsleiter der aus Gernsheim stammende Peter Schöffer, und der Erfinder und Tüftler, ebenfalls gebürtiger Mainzer, hieß Johannes Gutenberg. Die Erfindung, um die es sich dreht, ist der Buchdruck. In wenigen Jahrzehnten verbreitet sich die Buchdruckerkunst über Europa und in die ganze Welt. Gutenbergs Name sollte nach seinem Tod vorübergehend in Vergessenheit geraten. Peter Schöffer wird von seinen Nachfahren als Erfinder gerühmt. Auch Frankreich oder Holland sind stolz auf ihre Erfinder des Buchdrucks. Erst im Jahr 1741 weist der Göttinger Bibliothekar Johann David Köhler anhand von Urkunden und Dokumenten nach, dass allein Johannes Gutenberg die Ehre der Erfindung zuzuschreiben ist. Oft heißt es, Anfang des 15. Jahrhunderts sei die Zeit reif gewesen für den Buchdruck. Wenn nicht Gutenberg, dann hätte eben einer seiner Zeitgenossen die Erfindung gemacht. Natürlich kommen Gutenberg verschiedene Entwicklungen zu Pass. Die Papierherstellung, seit dem 2. Jahrhundert nach Christus von den Chinesen beherrscht, findet immer weitere Verbreitung in Europa. Die erste Papiermühle auf deutschem Boden ist im Jahre 1390 in Nürnberg belegt. Schon in den Anfangsjahren kostet Papier nur ein Viertel des Preises von Pergament der bislang verwendeten Tierhaut. Verschiedene Drucktechniken sind bereits im Einsatz. Die gängigste ist der Holzschnitt, mit dem vor allem heiligen Bilder und Spielkarten hergestellt werden. Auch Einzelbuchstaben sind schon in Verwendung, beispielsweise für Glockeninschriften. Die einzige Möglichkeit aber, umfangreiche Bücher zu vervielfältigen, ist nach wie vor die handschriftliche Kopie. So bleiben Bücher rar und teuer, während die Nachfrage, nicht zuletzt dank der Universitätsgründungen jener Zeit, zunimmt. Es wird Gutenbergs große Leistung sein, die verschiedenen Techniken, vom Guss einzelner Buchstaben über die Satztechnik bis zum eigentlichen Druck in solcher Perfektion zu vereinen, dass erstmals umfangreiche Druckwerke von beeindruckender Ästhetik und in hoher Auflage entstehen können. Johannes Gutenberg wird um das Jahr 1400 als Sohn des Patriziers Friedrich Gänzfleisch zu laden und seiner zweiten Ehefrau Else in Mainz geboren. Der Vater ist Kaufmann. Vermutlich handelt er mit Tuch. Der Beiname Gutenberg, den sich Johannes ab 1420 zulegt, geht auf sein Geburtshaus zurück. Seit dem 14. Jahrhundert besitzt die Patrizier-Familie den Hof zum Gutenberg, an der Ecke Schustergasse und Christophorusstraße gelegen. Das gotische Gebäude mit zwei Stockwerken beherbergt später wahrscheinlich auch die Druckerwerkstatt Gutenbergs. Die Stadt Mainz zählt zu Beginn des 15. Jahrhunderts nur etwa 6000 Einwohner, genießt aber hohes Ansehen. Der Mainzer Erzbischof ist Kurfürst und Kanzler des Reichs und auf dem Stadtsiegel steht geschrieben Aurea Moguncia, goldenes Mainz. Der Einfluss der Bürger und Zünfte wächst unaufhaltsam. Die alteingesessenen Patrizier-Familien büßen dagegen an Macht ein. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, in deren Folge die Patrizier wiederholt die Stadt verlassen, weil sie ihre Privilegien der Steuer- und Zollfreiheit nicht aufgeben wollen. Auch die Familie Gutenbergs verbringt wohl einige Zeit im nahen Eltwille, wo Johannes' Mutter ein Haus geerbt hat. Welche Ausbildung der junge Gutenberg erfahren hat, ist nicht überliefert. Da er aber über sehr gute Lateinkenntnisse verfügt, sowie technisches und kaufmännisches Geschick beweist, ist von einer standesgemäßen Erziehung in einer Klosterschule und von einem Universitätsstudium auszugehen. Ein gewisser Johannes von Eltwille ist von 1418 bis 1420 an der Universität Erfurt immatrikuliert. Gut möglich, dass es sich hierbei um Johannes Gutenberg handelt. Im Jahr 1419 stirbt der Vater Gutenbergs. Die darauf folgenden Erbstreitigkeiten mit dessen Tochter aus erster Ehe finden in einer Urkunde des Mainzer Stadtarchivs Niederschlag. Das erste schriftliche Zeugnis über Johannes Gutenberg. Spätestens seit 1434, vermutlich aber schon ein paar Jahre länger, lebt Johannes Gutenberg in Straßburg. Mit seinen 25.000 Einwohnern gehört die elsässische Metropole zu den größeren Städten Mitteleuropas. In Straßburg erhaltene Dokumente zeigen Gutenberg als unternehmerischen Kaufmann, einfallsreichen Erfinder und handwerklichen Meister. Doch er wird auch anderweitig aktenkundig. Einmal lässt er den durchreisenden Mainzer Stadtschreiber festsetzen, da sich die Stadt Mainz weigert, eine ihm zustehende Leibrente zu entrichten. Auch wegen eines gebrochenen Eheversprechens muss er sich wohl rechtfertigen. Gutenberg lehrt in Straßburg Künste wie das Schleifen von Edelsteinen oder das Spiegelmachen. Er lässt sich dafür hohe Lehrgelder bezahlen, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Vor allem aber finanziert er mit dem Geld vielfältige technische Versuche und kaufmännische Unternehmungen. Im Jahr 1438 beispielsweise trifft er mit dem Vogt Hans Riffe von Lichtenau eine vertragliche Vereinbarung zur Herstellung von Pilgerandenken für eine anstehende Wallfahrt nach Aachen. Der Volksglaube besagt nämlich, dass die Wallfahrer den Segenschein der zur Schau gestellten Reliquien mit Hilfe eines Spiegels einfangen können. Während die Herstellung solcher Pilgerspiegel in hoher Stückzahl glückt, tun sich unerwartet Schwierigkeiten beim Absatz auf. Die nächste Wallfahrt nach Aachen steht nicht, wie von Gutenberg erwartet, 1439 an, sondern erst im Jahr darauf. Vor allem aber arbeitet Gutenberg in Straßburg an der Erfindung, die heute jeder mit ihm verbindet, dem Buchdruck. Seine eigenen Mittel reichen bald nicht mehr aus. Doch Gutenberg wird es immer wieder verstehen, Financiers für seine kostspielige Entwicklung zu gewinnen. In Straßburg überzeugt er unter anderem Andreas Heilmann, den Besitzer einer Papiermühle vor den Toren der Stadt. Gutenberg und seine Geschäftspartner verpflichteten sich dabei bei zu strengster Geheimhaltung. Als der Bruder eines verstorbenen Partners auf Preisgabe des Geheimnisses klagt, findet sich Gutenberg eines Tages vor Gericht wieder. Bei der Gelegenheit wird aktenkundig, ein Drechsler wurde beauftragt, eine Presse zu bauen, es wurde Blei gekauft und ein Goldschmied wurde mit der Fertigung von Metalllettern betraut. Mit anderen Worten, Gutenberg arbeitet an der Satz- und Drucktechnik für den Buchdruck. Doch noch ist seine Erfindung nicht ausgereift. Kein in Straßburg gedrucktes Papier ist erhalten. Schönheit und Vollkommenheit sind die obersten Gebote bei der Erstellung von handgeschriebenen Büchern. An günstige Preise oder eine rationelle Fertigung denkt zu Gutenbergs Zeit niemand. Dieser weiß, dass der Buchdruck nur Erfolg haben kann, wenn die gedruckten Werke die Schönheit der Handschriften erreichen, besser noch übertreffen. Dieses hehre Ziel zwingt Gutenberg zum Tüfteln und Probieren. Für die Druckerpresse nimmt er sich eine Weinpresse zum Vorbild. Die Druckfarbe mischt er aus Ruß und Firnis zusammen. Gutenbergs Geniestreich sind aber die einzelnen Buchstaben aus Blei, mit denen sich jeder beliebige Text setzen lässt. Die gleiche Länge müssen sie haben, exakt geschnitten sein für ein gestochen scharfes Druckbild. Da Gutenberg, wie in den Handschriften üblich, mit einer Vielzahl von Abkürzungszeichen und Nebenformen arbeitet, muss er weit mehr Lettern gießen, als das Alphabet Buchstaben umfasst. Sind die Metalllettern fertig geschliffen, werden sie in einen Setzkasten einsortiert, in dem jeder Buchstabe jedes Zeichen sein eigenes kleines Fächlein hat. Die Bücher werden Zeile für Zeile gesetzt, wobei jede Zeile möglichst die gleiche Länge aufweisen soll. Ist eine Seite fertig, werden die Metalllettern fest verkeilt. Dann färbt der Drucker den Satz, während ein Gehilfe in die Druckerpresse einen Bogen vorher angefeuchtetes Papier einlegt. Schließlich kommt der eigentliche Druckvorgang. Der Drucker zieht den sogenannten Pressbengel an, damit das Papier gegen den Satz gepresst wird. Nach jedem einzelnen Druck muss der Satz neu eingefärbt werden. Es ist leicht vorstellbar, wie viele Tausende und Abertausende von Arbeitsschritten für ein umfangreiches Druckwerk notwendig sind. Spätestens ab 1448 ist Gutenberg wieder in Mainz, wo er sich sogleich eine Werkstatt einrichtet. Er verpflichtet geschickte Handwerker als Mitarbeiter. Wie üblich wohnen und essen diese in seinem Haus. Praktisch jeden Tag gibt es Fleisch, Brot und Wein. Für ein Handwerkshaus eine ausgezeichnete Verpflegung. Doch Gutenberg weiß, dass er seine Leute bei Laune halten muss, damit sie das Geheimnis des Buchdrucks nicht verraten. Schließlich ist die Geheimhaltung der einzige Weg, die Erfindung vor Nachahmern zu schützen. Doch die Vervollkommnung des Buchdrucks erweist sich als äußerst kostspieliges Unterfangen. Gutenberg muss Gerät beschaffen, seine Mitarbeiter bezahlen und viel Material auf Vorrat kaufen. Schließlich wird der Druck des ersten großen Werks, der Bibel, mehrere Jahre dauern und so lange sind keine nennenswerten Einnahmen zu erwarten. Gutenberg ist weiter darauf angewiesen, Geldgeber von den Erfolgsaussichten seines Unternehmens zu überzeugen. Und es gelingt ihm. 800 Gulden leiht ihm der reiche Kaufmann Johannes Fust im Jahre 1449, verzinst mit 6% per annum. Vier Jahre später schießt Fust nochmals die gleiche Summe nach, diesmal nach Meinung Gutenbergs als Geschäftseinlage, unverzinst. Bedenkt man, dass zu Gutenbergs Zeit in Mainz ein ordentliches Bürgerhaus für 500 Gulden zu haben ist, wird deutlich, welch riesige Summen Gutenberg benötigt. Mit Fusts Geld kann Gutenberg ab 1452 endlich den Druck der Bibel in Angriff nehmen. Über den Absatz braucht er sich wenig Sorgen zu machen. Die Auflage ist bereits vor Fertigstellung verkauft. Drei Jahre arbeitet Gutenberg mit seinen Setzern und Druckern am Buch der Bücher. Eine erste Herausforderung liegt darin, die richtige Vorlage für den Druck zu finden, da sich mit jeder Abschrift von Hand kleine Fehler oder Veränderungen in den Text eingeschlichen haben. So muß die aus einem Mainzer Kloster stammende Vorlage ein ums andere Mal mit anderen Handschriften abgeglichen werden. Zwei Spalten zu 42 Zeilen stehen auf jeder Seite der Bibel. 1282 Seiten umfasst das Werk insgesamt. Die für die Bibel verwendete Schrift Art Textura gleicht im Erscheinungsbild den gängigen Handschriften, ist dank gestochen scharfem Druck jedoch sehr viel besser lesbar. Jede Seite wird bis zu 200 Mal gedruckt, 40 Mal davon auf Pergament, der Rest auf Papier. Da Gutenberg nur über eine sehr begrenzte Anzahl von Bleilettern verfügt, können nur wenige Seiten gleichzeitig gesetzt werden. Die fertigen Bögen müssen über Jahre aufbewahrt werden, bis auch die letzte Seite gedruckt ist und das Werk zum Buchbinder gehen kann. Beim Druck hat Gutenberg Freiräume gelassen, für farbige Initialen und rote Überschriften, wie sie in Handschriften zu finden sind. Für die Hervorhebungen und Verzierungen beauftragen die Erwerber der Bibeln eigens sogenannte Rubrikatoren, die diese von Hand vornehmen. Von den wohl 180 hergestellten Gutenberg-Bibeln sind heute noch 49 erhalten und jede weist ein eigenes, prächtiges Erscheinungsbild auf. Um während der langen Herstellungszeit der Bibel wenigstens einige Einnahmen zu erzielen, bearbeitet Gutenberg zwischendurch auch kleinere Aufträge. Die so entstandenen Grammatiken, Kalender oder Ablassbriefe sind zum Teil heute noch erhalten. Ein wichtiger Kunde ist von Anfang an die Kirche, welche die Gutenbergsche Druckerpresse für die schnelle und günstige Vervielfältigung von Ablassbriefen entdeckt. So stellen diese kirchlichen Formulare die erste Großauflage für den jungen Buchdruck dar. Als der Druck der Bibel kurz vor der Vollendung steht, kommt es zum Bruch Gutenbergs mit seinem Financier Fust. Dieser verlangt plötzlich sein Geld zurück. Eine Forderung, die Gutenberg nicht akzeptieren und schon gar nicht erfüllen kann. Über die Gründe dieses Streits kann man nur spekulieren. Ist Fust ein so gerissener Geschäftsmann, dass er den richtigen Zeitpunkt abwartet, um Gutenbergs Werkstatt und die noch nicht ausgelieferten Bibel-Exemplare in seine Hand zu bringen? Gutenbergs wichtigsten Mitarbeiter Peter Schöffer hat er ohnehin schon an sich gebunden. Der hat Fusts Tochter geheiratet. Oder ist Gutenberg so auf den Bibeldruck und die Verwirklichung weiterer Ideen fixiert, dass er berechtigte Interessen seines Kreditgebers und Geschäftspartners einfach ignoriert. Von der eigenen Perfektion besessen dürfte Gutenberg gedruckte Seiten auch bei kleinsten Fehlern als Makulatur vernichtet haben. In den Augen Fusts eine Verschwendung. Auch wird Gutenberg nachgesagt, die Einnahmen aus dem Verkauf der ersten Bibeln gleich wieder in neue Projekte gesteckt zu haben, obwohl ihm Fust das Geld explizit zum Zweck des Bibeldrucks geliehen hat. Was die Gründe am Ende auch sind, im Zuge eines Gerichtsverfahrens im Spätherbst des Jahres 1455 übernimmt Fust Werkstatt und Bibelausgaben. Zusammen mit Peter Schöffer baut er die Druckerwerkstatt aus und erntet Ruhm für Buchdrucke, die wohl noch unter Gutenberg begonnen wurden, wie zum Beispiel das Mainzer Psalter. Gutenberg hat mit einem Schlag alles verloren, wofür er Jahrzehnte ideenreich und hartnäckig gearbeitet hatte. Doch er gibt nicht auf. Mit der Unterstützung des Mainzer Stadtsyndikus Konrad Hummery richtet er wohl noch einmal eine Druckerwerkstatt ein. Allerdings lassen sich keine der erhaltenen Schriften eindeutig dieser späten Schaffensphase zuordnen. Für den nun über 60 Jahre alten Gutenberg kommt es noch schlimmer. Der Graf von Nassau erobert mit seinen Soldaten Mainz und schickt 800 Männer in die Verbannung, darunter auch Gutenberg. Als dieser ein Jahr später zurückkehrt, ist er ein alter, gebrochener Mann. Und doch wird 1465, drei Jahre vor seinem Tod, Gutenberg noch eine Ehrung zuteil. Der Graf von Nassau, wohl aufmerksam geworden auf die Buchdruckerkunst, gewährt ihm eine kleine Pension. Doch bereits drei Jahre später, im Februar des Jahres 1468, stirbt Gutenberg. Er wird wie seine Vorfahren im Chor der Franziskanerkirche zu Mainz beigesetzt. Von Gutenbergs Tod nimmt die Welt keine Notiz. Seine Erfindung der Buchdruck verbreitet sich da schon in atemberaubendem Tempo. An der Wende zum 16. Jahrhundert sind in ganz Europa wohl schon tausend Druckerpressen in Betrieb. Fast 350 Jahre bleiben Gutenbergs technische Entwicklungen konkurrenzlos, bis die Industrialisierung auch das Druckgewerbe erfasst. Als 1998 ein amerikanisches Autorenteam den Mann des Jahrtausends sucht, fällt die Wahl auf Johannes Gutenberg. Schließlich habe seine Erfindung des Buchdrucks das Wissen der Welt von der Kette befreit, an der die wertvollen Handschriften zuvorlagen. Das Wissen der Welt konnte sich nun in kurzer Zeit verbreiten, eine entscheidende Voraussetzung für so viele epochale Weichenstellungen der vergangenen Jahrhunderte. Man denke nur an die Entdeckungsreisen, die Reformation oder das Zeitalter der Aufklärung. Und so erkannte schon im 18. Jahrhundert der Gelehrte Georg Christoph Lichtenberg, weit mehr als das Blei der Gewehrkugeln hat das Blei der Setzkästen die Welt. Martin Luther 1483 bis 1546 Es ist der 2. Juli 1505. Ein heftiger Sturm fegt über das Land. Die Bäume biegen sich im Wind. Immer wieder lassen Blitze den dunklen Himmel taghell erscheinen. Keinen Hund jagt man bei einem solchen Wetter vor die Hütte. Und doch ist einer unterwegs, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Martin Luther. Der frischgebackene Magister, der gerade ein Zweitstudium an der Universität Erfurt aufgenommen hat, ist auf dem Rückweg von einem Besuch bei seinen Eltern, als ihn das Unwetter bei Stotternheim in Thüringen überrascht. Hilfesuchend blickt der junge Mann um sich, aber weit und breit ist kein Unterschlupf in Sicht. Plötzlich schlägt der Blitz direkt neben ihm ein. Der starke Luftdruck schleudert ihn zu Boden. In Todesangst ruft er Hilf, heilige Anna! Und ich will ein Mönch werden! Ein Gelöbnis, das das Leben von Martin Luther grundlegend verändert und weitreichende Folgen für die deutsche Geschichte haben wird. Geboren wird Martin Luther am 10. November 1483 im sächsischen Eisleben. Sein Vater, Hans Luther, ist Bergarbeiter. Er ist für seine Wutausbrüche und Gewalttätigkeiten bekannt und erzieht seine Kinder mit äußerster Disziplin und Härte. Martins Mutter, Margarete, ist ebenfalls eine ernste und strenge Person, die von ihren Kindern keine Widerworte duldet und auch vor körperlicher Züchtigung nicht zurückschreckt. Liebe, Wärme und Geborgenheit sind für die Eltern ein Zeichen von Schwäche und vor allem in der Kindererziehung völlig fehl am Platz. Wer nicht gehorcht, bekommt Schläge. Ein Jahr nach der Geburt von Martin zieht die Familie nach Mansfeld. Dort kann sich der Vater an einer Kupfermine beteiligen und bringt es so innerhalb weniger Jahre zu einem kleinen Vermögen. Bereits um 1491 zählen die Luthers zu den angesehensten Leuten der kleinen Stadt. Schon mit fünf Jahren besucht Martin die Lateinschule. Die mittelalterlichen Lehrmethoden sind barbarisch und schüchtern den ängstlichen kleinen Jungen zunehmend ein. Einmal, so berichtet er später selbst, hat er an nur einem einzigen Vormittag fünfzehnmal die Rute zu spüren bekommen und das, obwohl er von seinem Lehrer als still und zurückhaltend beschrieben wurde. Trotz der Angst, die Martins täglicher Schulbegleiter ist, macht er gute Fortschritte. Seine Begabung ist so groß, dass er 1497 mit 14 Jahren an die Domschule nach Magdeburg und bereits ein Jahr später an die Pfarrschule nach Eisenach wechseln kann. Direkt nach seinem Schulabschluss 1501 schreibt sich Martin Luther an der Universität Erfurt ein. Die Hochschule, die zu dieser Zeit schon auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, hat einen hervorragenden Ruf und zählt zu den bedeutendsten Lehranstalten des Landes. Luthers Eltern, die sich vom Studium ihres Sohnes einen weiteren sozialen Aufstieg erhoffen, unterstützen ihn finanziell, fordern aber zugleich Zielstrebigkeit und beste Leistungen. Selbstverständlich erfüllt der ehrgeizige junge Mann diese Wünsche und beendet sein erstes Studium bereits im Alter von 22 Jahren mit dem Magister Arzium in Philosophie, Latein, Grammatik, Rhetorik, Logik, Ethik und Musik. Doch damit ist der Vater nicht zufrieden. Jurist soll der Junge werden. Unverzüglich beginnt Martin deshalb, Rechtswissenschaften zu studieren. Gut vorstellbar, wie groß der Schock für seinen Vater gewesen sein muss, als ihm der bis dahin stets gehorsame Sohn kurz nach seinem Gewittererlebnis mitteilt, dass er sein Gelöbnis einlösen, das Studium abbrechen und ins Kloster gehen werde. Bereits am 17. Juli 1505, also nur zwei Wochen nach dem Gewitter, tritt Martin in den Bettelorden der Augustiner in Erfurt ein. Das Klosterleben im Mittelalter ist hart. Beten, Arbeiten und Fasten prägen den Alltag der Mönche. Bereits morgens um drei Uhr trifft sich die Glaubensgemeinschaft nach kaum vier Stunden Schlaf zum ersten Gebet in der Kirche. Danach beginnen die Mönche mit ihrer Arbeit, die immer wieder von Andachten und Gottesdiensten unterbrochen wird. Doch nicht nur die strengen Reglements machen das Leben im Kloster unangenehm. Besonders im Winter ist es beinahe unerträglich. Als einziger Raum der ganzen Klosteranlage wird der Speisesaal beheizt. Doch darin halten sich die Mönche nur während des Mittagessens auf. Die restliche Zeit des Tages und vor allem auch nachts sind sie der Kälte ausgeliefert. Aber trotz all dieser Einschränkungen bereut Martin Luther seinen Eintritt ins Kloster nicht. Bereits nach einem halben Jahr legt er das ewige Mönchsgelübde ab, das ihn für immer an den Augustinerorden binden soll. 1507 wird Luther in Erfurt zum Priester geweiht und beginnt sein Theologiestudium an der dortigen Universität. Im Herbst 1510 reist er zusammen mit einem anderen Mönch nach Rom in der Hoffnung eine Audienz bei Papst Julius II. zu erhalten. Grund der Reise ist ein in Sachsen herrschender Streit über die richtige Auslegung der Ordensregeln in Klöstern des heiligen Augustinus. Ein Teil der 29 sächsischen Augustinerklöster will die Regeln aufweichen und abschwächen, während der andere Teil, dem auch Luthers Heimatkloster in Erfurt angehört, die Regeln sogar verschärfen will. Doch Luthers Vorhaben, im Papst einen Fürsprecher für die strengen Regeln zu finden, scheitert. Julius II. empfängt die beiden unbedeutenden sächsischen Mönche gar nicht, sondern ist vielmehr damit beschäftigt, neue Geldquellen für seine gigantischen Bauvorhaben zu erschließen. Neben dem Verkauf üblicher Wallfahrer an Denken wie Rosenkränzen und Heiligen Bildern floriert in Rom der Ablasshandel. Egal welcher Verfehlung sich die Pilger, die zu dieser Zeit zahlreich in die heilige Stadt strömen, auch schuldig gemacht haben, gegen Geld können sie sich von jeder Sünde loskaufen. Und nicht nur das, auch die Seelen bereits Verstorbener können mit Hilfe des richtigen Ablassbriefes aus dem Fegefeuer befreit werden. Ehebruch, Betrug, Mord, Streit und was die Abgründe menschlichen Handelns sonst noch hervorbringen, alles kann mit Geld ungeschehen gemacht werden. Die Einnahmen aus dem Ablasshandel und der sogenannte Peterspfennig, eine Art Kirchensondersteuer, werden für die Finanzierung des Petersdoms verwendet, dessen Grundstein am 18. April 1506 gelegt wurde. Insgesamt arbeiten über 2000 Steinmetze, Zimmerleute und andere Handwerker an diesem gigantischen Bauwerk, das erst 120 Jahre später fertiggestellt wird und heute noch die größte Kirche der Christenheit und Repräsentationskirche des Papstes ist. Vier Wochen harren Martin Luther und sein Begleiter in Rom, ohne auch nur in die Nähe Julius des Zweiten zu gelangen. Als sich abzeichnet, dass nicht mit einer Audienz zu rechnen ist, treten sie die Rückreise nach Erfurt an. Die Bilder des florierenden Ablasshandels und die Enttäuschung über den Papst haben sich jedoch tief in die Gedanken der beiden Reisenden eingebrannt. Rom ist der Sitz des Teufels und der Papst ist ärger als der Türke, berichtet Luther nach seiner Rückkehr und bringt damit alle Erlebnisse auf einen Punkt. 1511 wird Martin Luther nach Wittenberg versetzt. Nach seiner Promotion zum Baccalaureus Biblicus, also zum Professor für Bibelauslegung, 1512 hält er Vorlesungen über die Psalmen sowie die Briefe des Apostel Paulus an die Römer, die Galater und die Hebräer. Doch je intensiver er sich mit der Bibel beschäftigt, desto größer werden seine Zweifel an der bis dahin gültigen Kirchenlehre. Nach Luthers Verständnis kann der Mensch nicht aus eigener Kraft und nicht durch die von der Kirche angebotenen Mittel wie Beichte oder Ablass das Heil erlangen. Die Heilserlangung sei vielmehr ein Geschenk, das Gott jedem gläubigen Menschen zuteil werden lasse, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Der Mensch selbst habe nichts anderes zu tun, als dieses Geschenk Gottes in Demut anzunehmen. Umso aufgebrachter reagiert Luther, der ab 1514 auch als Pfarrer in der Wittenberger Stadtkirche tätig ist, als er erfährt, dass viele Gläubige seiner Gemeinde nach Jüterburg oder Zerbst reisen, um dort Ablassbriefe zu kaufen. Anstatt sich ihm, ihrem Seelsorger anzuvertrauen, laufen sie, wie die Lemminge, dem Dominikanermönch Johann Tetzel nach, der marktschreierisch durch die Lande zieht und mit Parolen, wie sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt, einen blühenden Ablasshandel betreibt. Immer wieder versucht Luther in den kommenden Monaten durch aufschlussreiche und theologisch fundierte Predigten, die Menschen zum Glauben an die Liebe Gottes zurückzuführen. Doch ohne Erfolg. Tetzels Versprechen, arme Seelen mit Geld freikaufen zu können, verbreitet sich wie ein Lauffeuer und zieht die Menschen in seinen Bann. Als Luther dann im Oktober 1517 eine offizielle, von der Kirche herausgegebene Instruktionsschrift für Ablasshändler in die Hände bekommt, ist er endgültig fassungslos. Wie weit ist es mit der Kirche gekommen? Wie können Pfarrer, Bischöfe, Kardinäle und sogar der Papst es zulassen, dass in ihrem Namen armen Menschen das Geld auf so schändliche Weise abgeknöpft wird? Wie kann ein solcher Verrat an Gott, eine solche Blasphemie geduldet werden? Höchst empört verfasst Luther einen Brief an die Kirchenobersten und seine berühmt gewordenen 95 Thesen gegen den Ablasshandel? Die Legende will zwar, dass er die Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hat, aber Tatsache ist, dass Luther sie zusammen mit einem Brief an den Klerus geschickt hat. Die Reaktionen, die er damit auslöst, übertreffen seine kühnsten Erwartungen. Bereits nach wenigen Wochen sind Nachdrucke seiner Thesen in Leipzig, Nürnberg und Basel im Umlauf und spalten Europa in zwei Lager. Während humanistische Gelehrte und einige bedeutende Fürsten Luthers Ansichten teilen, lehnt der katholische Klerus sie grundlegend ab. Aussagen wie die These 32, wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heils gewiß sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt sein. Oder die These 33, nicht genug kann man sich vor denen hüten, die den Ablass des Papstes jene unschätzbare Gabe Gottes nennen, durch die der Mensch mit Gott versöhnt werde. Solche Aussagen lassen vermuten, welcher Unmut sich innerhalb der Kirche geregt hat. Dennoch reagieren die deutschen Bischöfe besonnen. Sie unterrichten zwar den Papst von Luthers ungeheuren Thesen und weisen seine Vorgesetzten an, ihn zur Vernunft zu bringen, direkte Angriffe auf den Aufmüpfigen bleiben jedoch zunächst aus. Da Luther aber nicht aufhört, sich auch weiterhin öffentlich zu seinen Thesen zu äußern und immer wieder neue Schriften verfasst, wird ein Jahr später der Ketzerprozess gegen ihn eröffnet. Seinem Landesherren Friedrich dem Weisen von Sachsen ist es zu verdanken, dass der Prozess nicht in Rom stattfindet, sondern von Kardinal Kajetan in Augsburg geführt wird. Am 12. Oktober 1518 muss sich Martin Luther zum ersten Mal in einem Verhör zu seinen Schriften äußern. Die Spannung im Verhandlungsraum ist groß, denn die Angst, die die Inquisitionen den vorangegangenen Jahrzehnten verbreitet hat, ließ schon manchen Angeklagten beim Verhör klein beigeben. Aber keinen Martin Luther im Brustton der Überzeugung wiederholt und erläutert er unerschütterlich seine Thesen und mit jedem Satz, den Luther spricht, ist Kardinal Kajetan überzeugter davon, einen unverbesserlichen Ketzer vor sich zu haben. Dennoch sind ihm die Hände gebunden. Da Friedrich der Weise hinter Luther steht und der Auslieferung nach Rom nicht zustimmt, kann Kajetan kein Urteil über den vermeintlichen Ketzer fällen. Doch anstatt sich über den glimpflichen Ausgang der Verhandlung zu freuen und in Zukunft vorsichtiger mit seinen Äußerungen zu sein, fühlt sich Luther regelrecht gezwungen, nun erst recht seine Thesen weiter zu untermauern. Mit seinen neuen reformatorischen Schriften von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und von der Freiheit eines Christen Menschen beschwört er den endgültigen Bruch mit Rom herauf. 1520 wird der Ketzerprozess erneut gegen ihn eröffnet, der darin gipfelt, dass Luther und allen seinen Anhängern der Kirchenbann in der Bulle exorge domine, was so viel heißt wie erhebe dich Herr angedroht wird. 60 Tage werden Luther von der Kirche eingeräumt, sich schuldig zu bekennen und zu widerrufen. Doch statt dies zu tun, antwortet der Rebell mit seiner Ketzerschrift an den christlichen Adel deutscher Nation und verbrennt die Bulle öffentlich vor dem Elstertor in Wittenberg. Damit ist der Bruch mit der katholischen Kirche unwiderruflich vollzogen. Martin Luther wird am 3. Januar 1521 offiziell von Papst Leo X aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen. Ihm droht der Tod auf dem Scheiterhaufen. Doch auch diesmal lässt ihn sein Landesvater nicht im Stich. Friedrich der Weise setzt durch, dass Luther vor ein weltliches Gericht gestellt wird und freies Geleit erhält. Auf dem Reichstag in Worms wird die Sache Martin Luther Kaiser Karl V. vorgetragen, der den Aufrührer am 17. und 18. April 1521 verhört. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien glaube ich, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Versucht der Angeklagte, den Kaiser von seinen Ansichten zu überzeugen. Doch seine Bemühungen bleiben ohne Erfolg. Im Wormser Edikt verhängt Karl V. die Reichsacht über Luther und seine Anhänger. Der Ketzer gilt als vogelfrei. Als Junker Jörg getarnt, versteckt ihn Friedrich der Weise auf der Wartburg bei Eisenach. Zehn Monate lebt Luther dort in einer kleinen Kammer. Doch obwohl er mit gutem Essen versorgt wird, erleidet er sowohl physische als auch psychische Höllen qualen. Die wenige Bewegung führt zu schlimmen Verdauungsproblemen und nachts quälen ihn Albträume. Immer wieder erscheint ihm der Teufel im Schlaf, was ihn fast wahnsinnig werden lässt. Trotzdem leistet Martin Luther während seines Aufenthalts auf der Wartburg etwas, das bis heute von größter Bedeutung ist. Er übersetzt das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche und macht es damit Menschen zugänglich. Gleichzeitig prägt er dadurch eine deutschlandweit geltende Schriftsprache, die die bis dahin unterschiedlichen Dialekte ablöst. Da Luther eine sehr ausdrucksstarke Sprache wählt, verbreitet sich seine Bibelübersetzung schnell. Bereits im Erscheinungsjahr werden 3000 Exemplare verkauft, was für die damalige Zeit, man bedenke, dass der Großteil der Bevölkerung Analphabeten waren, sensationell ist. Entgegen der Anordnung Friedrichs des Weisen verlässt Martin Luther am 1. Mai 1522 die Wartburg und kehrt nach Wittenberg zurück. Dort schart er eine immer größer werdende Anhängerschaft um sich. Obwohl die Reichsacht noch immer besteht, wird Luther nicht verhaftet. Der Kaiser befindet sich in mehreren Kriegen und hat kein Interesse mehr daran, sich in kirchliche Belange einzumischen. Auf dem Reichstag zu Speyer 1526 kommt es deshalb sogar zu einem weitreichenden Entschluss. Jeder Landesherr erhält die Erlaubnis, die Konfessionsfrage nach Belieben zu handhaben, bis der Fall endgültig von einem Kirchenkonzil geklärt worden ist. Damit steht der Reformation nichts mehr im Wege. Für Luther, der ein Jahr zuvor die ehemalige Nonne Katharina von Bora geheiratet hatte, ein kleiner Triumph. Katharina von Bora schenkt Luther in den kommenden Jahren drei Söhne und drei Töchter, die mit einer Ausnahme alle das Erwachsenenalter erreichen. Beruflich ist Luther in diesen Jahren damit beschäftigt, seiner reformierten Kirche ein eigenes Gesicht zu geben. So führt er unter anderem die Neuordnung der Messe ein und verfasst den Katechismus. Philipp Melanchthon, Luthers engster Vertrauter, schreibt 1530 28 Glaubensartikel im Augsburger Bekenntnis nieder, das die Unterschiede zur katholischen Kirche manifestiert und den Glauben der protestantischen Reichsstände erläutert. Dieses Bekenntnis, die sogenannte Confessio Augustana, wird auf dem Augsburger Reichstag Kaiser Karl V. dargelegt, in der Hoffnung der Kaiser würde die protestantische Kirche nun endgültig als zweite Konfession im deutschen Reich anerkennen. Doch Karl V. lehnt ab. Aufgebracht schließen sich die Reichsstände, die sich bereits zum Protestantismus bekennen, daraufhin im schmalkaldischen Bund zusammen, der die Lehre Luthers unterstützt und gegen den katholischen Kaiser verteidigt. Luther selbst nimmt aufgrund der immer noch bestehenden Reichsacht nicht am Reichstag teil, sondern arbeitet währenddessen an der Übersetzung des Alten Testaments und führt mehrere theologische Auseinandersetzungen und Diskurse, wie die berühmt gewordenen Religionsgespräche. Als der Kaiser erkennt, dass er sein Land mit der Ablehnung der protestantischen Forderungen in zwei Lager teilt, schließt er mit dem schmalkaldischen Bund 1532 den Nürnberger Religionsfrieden, der eine gegenseitige Rechts- und Friedensgarantie für den gegenwärtigen konfessionellen Besitzstand beinhaltet. Damit sind zumindest innerdeutsche Religionskriege ausgeschlossen. Martin Luther hat zu dieser Zeit bereits andere Sorgen. ihn quälen schlimme Krankheiten. Nieren und Blasensteine führen immer wieder zu Koliken, die unerträgliche Schmerzen verursachen. Zunehmend leidet Luther in den kommenden Jahren auch an Gicht, Rheuma sowie Schwindel und Kreislaufattacken. Immer schwerer fällt es ihm, sich längere Zeit auf den Beinen zu halten und seine Lehrtätigkeit an der Universität zu Wittenberg fortzusetzen. Als 1542 seine geliebte Tochter Magdalena stirbt, kann er den Schmerz kaum verwinden. Die Frustrationen, die Luther in dieser Zeit durchlebt, schlagen sich auch in seinen letzten Veröffentlichungen nieder. So verfasst er 1543 seine antisemitische Hetzschrift von den Juden und ihren Lügen und 1545 das Pamphlet wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. 1546 bricht Luther zu seiner letzten Reise auf. Er will in seiner Geburtsstadt Eisleben, Streitigkeiten in der Mansfelder Grafenfamilie schlichten. Dies gelingt ihm zwar, aber zur Heimreise ist er zu schwach. Am 18. Februar 1546 stirbt er mit den Worten »In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Selbstverständlich erfüllt der ehrgeizige junge Mann diese Wünsche und beendet sein erstes Studium bereits im Alter von 22 Jahren mit dem Magister Arzium in Philosophie, Latein, Grammatik, Rhetorik, Logik, Ethik und Musik. Doch damit ist der Vater nicht zufrieden. Jurist soll der Junge werden. Unverzüglich beginnt Martin deshalb Rechtswissenschaften zu studieren. Gut vorstellbar, wie groß der Schock für seinen Vater gewesen sein muss, als ihm der bis dahin stets gehorsame Sohn kurz nach seinem Gewittererlebnis mitteilt, dass er sein Gelöbnis einlösen, das Studium abbrechen und ins Kloster gehen werde. Bereits am 17. Juli 1505, also nur zwei Wochen nach dem Gewitter, tritt Martin in den Bettelorden der Augustiner in Erfurt ein. Das Klosterleben im Mittelalter ist hart. Beten, Arbeiten und Fasten prägen den Alltag der Mönche. Bereits morgens um drei Uhr trifft sich die Glaubensgemeinschaft nach kaum vier Stunden Schlaf zum ersten Gebet in der Kirche. Danach beginnen die Mönche mit ihrer Arbeit, die immer wieder von Andachten und Gottesdiensten unterbrochen wird. Doch nicht nur die strengen Reglements machen das Leben im Kloster unangenehm. Besonders im Winter ist es beinahe unerträglich. Als einziger Raum der ganzen Klosteranlage wird der Speisesaal beheizt, doch darin halten sich die Mönche nur während des Mittagessens auf. Die restliche Zeit des Tages und vor allem auch nachts sind sie der Kälte ausgeliefert. Aber trotz all dieser Einschränkungen bereut Martin Luther seinen Eintritt ins Kloster nicht. Bereits nach einem halben Jahr legt er das ewige Mönchsgelübde ab, das ihn für immer an den Augustinerorden binden soll. 1507 wird Luther in Erfurt zum Priester geweiht und beginnt sein Theologiestudium an der dortigen Universität. Im Herbst 1510 reist er zusammen mit einem anderen Mönch nach Rom in der Hoffnung eine Audienz bei Papst Julius dem Zweiten zu erhalten. Grund der Reise ist ein in Sachsen herrschender Streit über die richtige Auslegung der Ordensregeln in Klöstern des Heiligen Augustinus. Ein Teil der 29 sächsischen Augustinerklöster will die Regeln aufweichen und abschwächen, während der andere Teil, dem auch Luthers Heimatkloster in Erfurt angehört, die Regeln sogar verschärfen will. Doch Luthers Vorhaben, im Papst einen Fürsprecher für die strengen Regeln zu finden, scheitert. Julius der Zweite empfängt die beiden unbedeutenden sächsischen Mönche gar nicht, sondern ist vielmehr damit beschäftigt, neue Geldquellen für seine gigantischen Bauvorhaben zu erschließen. Neben dem Verkauf üblicher Wallfahrer an Denken wie Rosenkränzen und heiligen Bildern floriert in Rom der Ablasshandel. Egal welcher Verfehlung sich die Pilger, die zu dieser Zeit zahlreich in die heilige Stadt strömen auch schuldig gemacht haben, gegen Geld können sie sich von jeder Sünde loskaufen. Und nicht nur das, auch die Seelen bereits Verstorbener können mit Hilfe des richtigen Ablassbriefes aus dem Fegefeuer befreit werden. Ehebruch, Betrug, Mord, Streit und was die Abgründe menschlichen Handelns sonst noch hervorbringen, alles kann mit Geld ungeschehen gemacht werden. Die Einnahmen aus dem Ablasshandel und der sogenannte Peterspfennig, eine Art Kirchensondersteuer, werden für die Finanzierung des Petersdoms verwendet, dessen Grundstein am 18. April 1506 gelegt wurde. Insgesamt arbeiten über 2000 Steinmetze, Zimmerleute und andere Handwerker an diesem gigantischen Bauwerk, das erst 120 Jahre später fertiggestellt wird und heute noch die größte Kirche der Christenheit und Repräsentationskirche des Papstes ist. Vier Wochen harren Martin Luther und sein Begleiter in Rom, ohne auch nur in die Nähe Julius II. zu gelangen. Als sich abzeichnet, dass nicht mit einer Audienz zu rechnen ist, treten sie die Rückreise nach Erfurt an. Die Bilder des florierenden Ablasshandels und die Enttäuschung über den Papst haben sich jedoch tief in die Gedanken der beiden Reisenden eingebrannt. Rom ist der Sitz des Teufels und der Papst ist Ärger als der Türke, berichtet Luther nach seiner Rückkehr und bringt damit alle Erlebnisse auf einen Punkt. 1511 wird Martin Luther nach Wittenberg versetzt. Nach seiner Promotion zum Baccalaureus Biblicus, also zum Professor für Bibelauslegung, 1512 hält er Vorlesungen über die Psalmen sowie die Briefe des Apostel Paulus an die Römer, die Galater und die Hebräer. Doch je intensiver er sich mit der Bibel beschäftigt, desto größer werden seine Zweifel an der bis dahin und schickt 800 Männer in die Verbannung, darunter auch Gutenberg. Als dieser ein Jahr später zurückkehrt, ist er ein alter, gebrochener Mann. Und doch wird 1465, drei Jahre vor seinem Tod, Gutenberg noch eine Ehrung zuteil. Der Graf von Nassau, wohl aufmerksam geworden auf die Buchdruckerkunst, gewährt ihm eine kleine Pension. Doch bereits drei Jahre später, im Februar des Jahres 1468, stirbt Gutenberg. Er wird, wie seine Vorfahren, im Chor der Franziskanerkirche zu Mainz beigesetzt. Von Gutenbergs Tod nimmt die Welt keine Notiz. Seine Erfindung der Buchdruck verbreitet sich da schon in atemberaubendem Tempo. An der Wende zum 16. Jahrhundert sind in ganz Europa wohl schon tausend Druckerpressen in Betrieb. Fast 350 Jahre bleiben Gutenbergs technische Entwicklungen konkurrenzlos, bis die Industrialisierung auch das Druckgewerbe erfasst. Als 1998 ein amerikanisches Autorenteam den Mann des Jahrtausends sucht, fällt die Wahl auf Johannes Gutenberg. Schließlich habe seine Erfindung des Buchdrucks das Wissen der Welt von der Kette befreit, an der die wertvollen Handschriften zuvorlagen. Das Wissen der Welt konnte sich nun in kurzer Zeit verbreiten, eine entscheidende Voraussetzung für so viele epochale Weichenstellungen der vergangenen Jahrhunderte. Man denke nur an die Entdeckungsreisen, die Reformation oder das Zeitalter der Aufklärung. Und so erkannte schon im 18. Jahrhundert der Gelehrte Georg Christoph Lichtenberg weit mehr als das Blei der Gewehrkugeln hat das Blei der Setzkästen die Welt. Martin Luther 1483 bis 1546 Es ist der 2. Juli 1505. Ein heftiger Sturm fegt über das Land. Die Bäume biegen sich im Wind. Immer wieder lassen Blitze den dunklen Himmel taghell erscheinen. Keinen Hund jagt man bei einem solchen Wetter vor die Hütte. Und doch ist einer unterwegs, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Martin Luther. Der frischgebackene Magister, der gerade ein Zweitstudium an der Universität Erfurt aufgenommen hat, ist auf dem Rückweg von einem Besuch bei seinen Eltern, als ihn das Unwetter bei Stotternheim in Thüringen überrascht. Hilfesuchend blickt der junge Mann um sich, aber weit und breit ist kein Unterschlupf in Sicht. Plötzlich schlägt der Blitz direkt neben ihm ein. Der starke Luftdruck schleudert ihn zu Boden. In Todesangst ruft er hilf heilige Anna und ich will ein Mensch werden. Ein Gelöbnis, das das Leben von Martin Luther grundlegend verändert und weitreichende Folgen für die deutsche Geschichte haben wird. Geboren wird Martin Luther am 10. November 1483 im sächsischen Eisleben. Sein Vater, Hans Luther, ist Bergarbeiter. Er ist für seine Wutausbrüche und Gewalttätigkeiten bekannt und erzieht seine Kinder mit äußerster Disziplin und Härte. Martins Mutter, Margarete, ist ebenfalls eine ernste und strenge Person, die von ihren Kindern keine Widerworte duldet und auch vor körperlicher Züchtigung nicht zurückschreckt. Liebe, Wärme und Geborgenheit sind für die Eltern ein Zeichen von Schwäche und vor allem in der Kindererziehung völlig fehl am Platz. Wer nicht gehorcht, bekommt Schläge. Ein Jahr nach der Geburt von Martin zieht die Familie nach Mansfeld. Dort kann sich der Vater an einer Kupfermine beteiligen und bringt es so innerhalb weniger Jahre zu einem kleinen Vermögen. Bereits um 1491 zählen die Luthers zu den angesehensten Leuten der kleinen Stadt. Schon mit fünf Jahren besucht Martin die Lateinschule. Die mittelalterlichen Lehrmethoden sind barbarisch und schüchtern den ängstlichen kleinen Jungen zunehmend ein. Einmal, so berichtet er später selbst, hat er an nur einem einzigen Vormittag fünfzehnmal die Route zu spüren bekommen und das, obwohl er von seinem Lehrer als still und zurückhaltend beschrieben wurde. Trotz der Angst, die Martins täglicher Schulbegleiter ist, macht er gute Fortschritte. Seine Begabung ist so groß, dass er 1497 mit 14 Jahren an die Domschule nach Magdeburg und bereits ein Jahr später an die Pfarrschule nach Eisenach wechseln kann. Direkt nach seinem Schulabschluss 1501 schreibt sich Martin Luther an der Universität Erfurt ein. Die Hochschule, die zu dieser Zeit schon auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, hat einen hervorragenden Ruf und zählt zu den bedeutendsten Lehranstalten des Landes. Luthers Eltern, die sich vom Studium ihres Sohnes einen weiteren sozialen Aufstieg erhoffen, unterstützen ihn finanziell, fordern aber zugleich Zielstrebigkeit und beste Leistung. Johannes Gutenberg 1400 bis 1468 Ein geistreicher Erfinder und Tüftler gründet zusammen mit einem wagemutigen Geldgeber ein Unternehmen mit dem Ziel, eine neuartige Technologie zur Marktreife zu bringen und eine erste lukrative Kleinserie herzustellen. Als die Produkte schließlich in den Verkauf gehen, drängt der Investor den Gründer aus der Firma und baut mit Hilfe des bisherigen Herstellungsleiters das Geschäft weiter aus. Der Erfinder muss zusehen, wie andere mit seiner Technologie zu Ruhm und Reichtum gelangen. Was sich wie ein Exposé zu einem Wirtschaftskrimi aus neuerer Zeit anhört, hat sich bereits vor rund 550 Jahren zugetragen. Der Geldgeber war ein gewisser Johannes Fust aus Mainz, Produktionsleiter der aus Gernsheim stammende Peter Schöffer, und der Erfinder und Tüftler, ebenfalls gebürtiger Mainzer, hieß Johannes Gutenberg. Die Erfindung, um die es sich dreht, ist der Buchdruck. In wenigen Jahrzehnten verbreitet sich die Buchdruckerkunst über Europa und in die ganze Welt. Gutenbergs Name sollte nach seinem Tod vorübergehend in Vergessenheit geraten. Peter Schöffer wird von seinen Nachfahren als Erfinder gerühmt, auch Frankreich oder Holland sind stolz auf ihre Erfinder des Buchdrucks. Erst im Jahr 1741 weist der Göttinger Bibliothekar Johann David Köhler anhand von Urkunden und Dokumenten nach, dass allein Johannes Gutenberg die Ehre der Erfindung zuzuschreiben ist. Oft heißt es, Anfang des 15. Jahrhunderts sei die Zeit reif gewesen für den Buchdruck. Wenn nicht Gutenberg, dann hätte eben einer seiner Zeitgenossen die Erfindung gemacht. Natürlich kommen Gutenberg verschiedene Entwicklungen zu Pass. Die Papierherstellung, seit dem 2. Jahrhundert nach Christus von den Chinesen beherrscht, findet immer weitere Verbreitung in Europa. Die erste Papiermühle auf deutschem Boden ist ist im Jahre 1390 in Nürnberg belegt. Schon in den Anfangsjahren kostet Papier nur ein Viertel des Preises von Pergament der bislang verwendeten Tierhaut. Verschiedene Drucktechniken sind bereits im Einsatz. Die gängigste ist der Holzschnitt, mit dem vor allem heiligen Bilder und Spielkarten hergestellt werden. Auch Einzelbuchstaben sind schon in Verwendung, beispielsweise für Glockeninschriften. Die einzige Möglichkeit aber, umfangreiche Bücher zu vervielfältigen, ist nach wie vor die handschriftliche Kopie. So bleiben Bücher rar und teuer, während die Nachfrage, nicht zuletzt dank der Universitätsgründungen jener Zeit, zunimmt. Es wird Gutenbergs große Leistung sein, die verschiedenen Techniken, vom Guss einzelner Buchstaben über die Satztechnik bis zum eigentlichen Druck, in solcher Perfektion zu vereinen, dass erstmals umfangreiche Druckwerke von beeindruckender Ästhetik und in hoher Auflage entstehen können. Johannes Gutenberg wird um das Jahr 1400 als Sohn des Patricias Friedrich Gänzfleisch zu Laden und seiner zweiten Ehefrau Else in Mainz geboren. Der Vater ist Kaufmann, vermutlich handelt er mit Tuch. Der Beiname Gutenberg, den sich Johannes ab 1420 zulegt, geht auf sein Geburtshaus zurück. Seit dem 14. Jahrhundert besitzt die Patrizierfamilie den Hof zum Gutenberg an der Ecke Schustergasse und Christophorusstraße gelegen. Das gotische Gebäude mit zwei Stockwerken beherbergt später wahrscheinlich auch die Druckerwerkstatt Gutenbergs. Die Stadt Mainz zählt zu Beginn des 15. Jahrhunderts nur etwa 6000 Einwohner, genießt aber hohes Ansehen. Der Mainzer Erzbischof ist Kurfürst und Kanzler des Reichs und auf dem Stadtsiegel steht geschrieben Aurea Moguncia, Goldenes Mainz. Der Einfluss der Bürger und Zünfte wächst unaufhaltsam. Die alteingesessenen Patrizierfamilien büßen dagegen an Macht ein. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, in deren Folge die Patrizier wiederholt die Stadt verlassen, weil sie ihre Privilegien der Steuer- und Zollfreiheit nicht aufgeben wollen. Auch die Familie Gutenbergs verbringt wohl einige Zeit im nahen Eltville, wo Johannes Mutter ein Haus geerbt hat. Welche Ausbildung der junge Gutenberg erfahren hat, ist nicht überliefert. Da er aber über sehr gute Lateinkenntnisse verfügt, sowie technisches und kaufmännisches Geschick beweist, ist von einer standesgemäßen Erziehung in einer Klosterschule und von einem Universitätsstudium auszugehen. Ein gewisser Johannes von Eltville ist von 1418 bis 1420 an der Universität Erfurt immatrikuliert. Gut möglich, dass es sich hierbei um Johannes Gutenberg handelt. Im Jahr 1419 stirbt der Vater Gutenbergs. Die darauf folgenden Erbstreitigkeiten mit dessen Tochter aus erster Ehe finden in einer Urkunde des Mainzer Stadtarchivs Niederschlag das erste schriftliche Zeugnis über Johannes Gutenberg. Spätestens seit 1434 seine Mitarbeiter bezahlen und viel Material auf Vorrat kaufen. Schließlich wird der Druck des ersten großen Werks der Bibel mehrere Jahre dauern und so lange sind keine nennenswerten Einnahmen zu erwarten. Gutenberg ist weiter darauf angewiesen, Geldgeber von den Erfolgsaussichten seines Unternehmens zu überzeugen. Und es gelingt ihm. 800 Gulden leiht ihm der reiche Kaufmann Johannes Fust im Jahre 1449, verzinst mit 6% per annum. Vier Jahre später schießt Fust nochmals die gleiche Summe nach, diesmal nach Meinung Gutenbergs als Geschäftseinlage unverzinst. Bedenkt man, dass zu Gutenbergs Zeit in Mainz ein ordentliches Bürgerhaus für 500 Gulden zu haben ist, wird deutlich, welch riesige Summen Gutenberg benötigt. Mit Fusts Geld kann Gutenberg ab 1452 endlich den Druck der Bibel in Angriff nehmen. Über den Absatz braucht er sich wenig Sorgen zu machen. Die Auflage ist bereits vor Fertigstellung verkauft. Drei Jahre arbeitet Gutenberg mit seinen Setzern und Druckern am Buch der Bücher. Eine erste Herausforderung liegt darin, die richtige Vorlage für den Druck zu finden, da sich mit jeder Abschrift von Hand kleine Fehler oder Veränderungen in den Text eingeschlichen haben. So muss die aus einem Mainzer Kloster stammende Vorlage ein ums andere Mal mit anderen Handschriften abgeglichen werden. Zwei Spalten zu 42 Zeilen stehen auf jeder Seite der Bibel. 1282 Seiten umfasst das Werk insgesamt. Die für die Bibel verwendete Schrift Art Textura gleicht im Erscheinungsbild den gängigen Handschriften, ist dank gestochen scharfem Druck jedoch sehr viel besser lesbar. Jede Seite wird bis zu 200 Mal gedruckt, 40 Mal davon auf Pergament, der Rest auf Papier. Da Gutenberg nur über eine sehr begrenzte Anzahl von Bleilettern verfügt, können nur wenige Seiten gleichzeitig gesetzt werden. Die fertigen Bögen müssen über Jahre aufbewahrt werden, bis auch die letzte Seite gedruckt ist und das Werk zum Buchbinder gehen kann. Beim Druck hat Gutenberg Freiräume gelassen, für farbige Initialen und rote Überschriften, wie sie in Handschriften zu finden sind. Für die Hervorhebungen und Verzierungen beauftragen die Erwerber der Bibeln eigens sogenannte Rubrikatoren, die diese von Hand vornehmen. Von den wohl 180 hergestellten Gutenberg Bibeln sind heute noch 49 erhalten und jede weist ein eigenes prächtiges Erscheinungsbild auf. Um während der langen Herstellungszeit der Bibel wenigstens einige Einnahmen zu erzielen, bearbeitet Gutenberg zwischendurch auch kleinere Aufträge. Die so entstandenen Grammatiken, Kalender oder Ablassbriefe sind zum Teil heute noch erhalten. Ein wichtiger Kunde ist von Anfang an die Kirche, welche die gutenbergsche Druckerpresse für die schnelle und günstige Vervielfältigung von Ablassbriefen entdeckt. So stellen diese kirchlichen Formulare die erste Großauflage für den jungen Buchdruck dar. Als der Druck der Bibel kurz vor der Vollendung steht, kommt es zum Bruch Gutenbergs mit seinem Financier Fust. Dieser verlangt plötzlich sein Geld zurück, eine Forderung, die Gutenberg nicht akzeptieren und schon gar nicht erfüllen kann. Über die Gründe dieses Streits kann man nur spekulieren. Ist Fust ein so gerissener Geschäftsmann, dass er den richtigen Zeitpunkt abwartet, um Gutenbergs Werkstatt und die noch nicht ausgelieferten Bibelexemplare in seine Hand zu bringen? Gutenbergs wichtigsten Mitarbeiter Peter Schöffer hat er ohnehin schon an sich gebunden, der hat Fusts Tochter geheiratet. Oder ist Gutenberg so auf den Bibeldruck und die Verwirklichung weiterer Ideen fixiert, dass er berechtigte Interessen seines Kreditgebers und Geschäftspartners einfach ignoriert? Von der eigenen Perfektion besessen, dürfte Gutenberg gedruckte Seiten auch bei kleinsten Fehlern als Makulatur vernichtet haben. In den Augen Fusts eine Verschwendung. Auch wird Gutenberg nachgesagt, die Einnahmen aus dem Verkauf der ersten Bibeln gleich wieder in neue Projekte gesteckt zu haben, obwohl ihm Fust das Geld explizit zum Zweck des Bibeldrucks geliehen hat. Was die Gründe am Ende auch sind, im Zuge eines Gerichtsverfahrens im Spätherbst des Jahres 1455 übernimmt Fust Werkstatt und Bibelausgaben. Zusammen mit Peter Schöffer baut er die Druckerwerkstatt aus und erntet Ruhm für Buchdrucke, die wohl noch unter Gutenberg begonnen wurden, wie zum Beispiel das Mainzer Psalter. Gutenberg hat mit einem Schlag alles verloren, wofür er Jahrzehnte ideenreich und hartnäckig gearbeitet hatte. Doch er gibt nicht auf. Mit der Unterstützung des Mainzer Stadtsyndikus Konrad Hummery richtet er wohl noch einmal eine Druckerwerkstatt ein. Allerdings lassen sich keine der erhaltenen Schriften eindeutig dieser späten Schaffensphase zuordnen. Für den nun über 60 Jahre alten Gutenberg kommt es noch schlimmer. Der Graf von Nassau erobert mit seinen Soldaten man vermutlich aber schon ein paar Jahre länger lebt Johannes Gutenberg in Straßburg. Mit seinen 25.000 Einwohnern gehört die elsässische Metropole zu den größeren Städten Mitteleuropas. In Straßburg erhaltene Dokumente zeigen Gutenberg als unternehmerischen Kaufmann, einfallsreichen Erfinder Erfinder und handwerklichen Meister. Doch er wird auch anderweitig aktenkundig. Einmal lässt er den durchreisenden Mainzer Stadtschreiber festsetzen, da sich die Stadt Mainz weigert, eine ihm zustehende Leibrente zu entrichten. Auch wegen eines gebrochenen Eheversprechens muss er sich wohl rechtfertigen. Gutenberg lehrt in Straßburg Künste wie das Schleifen von Edelsteinen oder das Spiegel machen. Er lässt sich dafür hohe Lehrgelder bezahlen, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Vor allem aber finanziert er mit dem Geld vielfältige technische Versuche und kaufmännische Unternehmungen. Im Jahr 1438 beispielsweise trifft er mit dem Vogt Hans Riffe von Lichtenau eine vertragliche Vereinbarung zur Herstellung von Pilger Andenken für eine anstehende Wallfahrt nach Aachen. Der Volksglaube besagt nämlich, dass die Wallfahrer den Segenschein der zur Schau gestellten Reliquien mit Hilfe eines Spiegels einfangen können. Während die Herstellung solcher Pilgerspiegel in hoher Stückzahl glückt, tun sich unerwartet Schwierigkeiten beim Absatz auf. Die nächste Wallfahrt nach Aachen steht nicht, wie von Gutenberg erwartet, 1439 an, sondern erst im Jahr darauf. Vor allem aber arbeitet Gutenberg in Straßburg an der Erfindung, die heute jeder mit ihm verbindet, dem Buchdruck. Seine eigenen Mittel reichen bald nicht mehr aus, doch Gutenberg wird es immer wieder verstehen, finanziers für seine kostspielige Entwicklung zu gewinnen. In Straßburg überzeugt er unter anderem Andreas Heilmann, den Besitzer einer Papiermühle vor den Toren der Stadt. Gutenberg und seine Geschäftspartner verpflichteten sich dabei zu strengster Geheimhaltung. Als der Bruder eines verstorbenen Partners auf Preisgabe des Geheimnisses klagt, findet sich Gutenberg eines Tages vor Gericht wieder. Bei der Gelegenheit wird aktenkundig, ein Drechsler wurde beauftragt, eine Presse zu bauen, es wurde Blei gekauft und ein Goldschmied wurde mit der Fertigung von Metalllettern betraut. Mit anderen Worten, Gutenberg arbeitet an der Satz- und Drucktechnik für den Buchdruck. Doch noch ist seine Erfindung nicht ausgereift. Kein in Straßburg gedrucktes Papier ist erhalten. Schönheit und Vollkommenheit sind die obersten Gebote bei der Erstellung von handgeschriebenen Büchern. An günstige Preise oder eine rationelle Fertigung denkt zu Gutenbergs Zeit niemand. Dieser weiß, dass der Buchdruck nur Erfolg haben kann, wenn die gedruckten Werke die Schönheit der Handschriften erreichen, besser noch übertreffen. Dieses hehre Ziel zwingt Gutenberg zum Tüfteln und Probieren. Für die Druckerpresse nimmt er sich eine Weinpresse zum Vorbild. Die Druckfarbe mischt er aus Ruß und Firnis zusammen. Gutenbergs Geniestreich sind aber die einzelnen Buchstaben aus Blei, mit denen sich jeder beliebige Text setzen lässt. Die gleiche Länge müssen sie haben, exakt geschnitten sein für ein gestochen scharfes Druckbild. Da Gutenberg, wie in den Handschriften üblich, mit einer Vielzahl von Abkürzungszeichen und Nebenformen arbeitet, muss er weit mehr Lettern gießen, als das Alphabet Buchstaben umfasst. Sind die Metalllettern fertig geschliffen, werden sie in einen Setzkasten einsortiert, in dem jeder Buchstabe jedes Zeichen sein eigenes kleines Fächlein hat. Die Bücher werden Zeile für Zeile gesetzt, wobei jede Zeile möglichst die gleiche Länge aufweisen soll. Ist eine Seite fertig, werden die Metalllettern fest verkeilt. Dann färbt der Drucker den Satz, während ein Gehilfe in die Druckerpresse einen Bogen vorher angefeuchtetes Papier einlegt. Schließlich kommt der eigentliche Druckvorgang. Der Drucker zieht den sogenannten Pressbengel an, damit das Papier gegen den Satz gepresst wird. Nach jedem einzelnen Druck muss der Satz neu eingefärbt werden. Es ist leicht vorstellbar, wie viele Tausende und Abertausende von Arbeitsschritten für ein umfangreiches Druckwerk notwendig sind. Spätestens ab 1448 ist Gutenberg wieder in Mainz, wo er sich sogleich eine Werkstatt einrichtet. Er verpflichtet geschickte Handwerker als Mitarbeiter. Wie üblich wohnen und essen diese in seinem Haus. Praktisch jeden Tag gibt es Fleisch, Brot und Wein. Für ein Handwerkshaus eine ausgezeichnete Verpflegung. Doch Gutenberg weiß, dass er seine Leute bei Laune halten muss, damit sie das Geheimnis des Buchdrucks nicht verraten. Schließlich ist die Geheimhaltung der einzige Weg, die Erfindung vor Nachahmern zu schützen. Doch die Vervollkommnung des Buchdrucks erweist sich als äußerst kostspieliges Unterfangen. Gutenberg muss Gerät beschaffen, sein Gerät zu schützen.